Kinder, ich muss schnell auf die Krankenkasse gehen. Ich bin schnell wieder zurück. Bis später. Das ist eine Krankenkasse. Da muss ich ein paar Monate Geld zahlen. Und wenn du mal krank bist, oder du gebrochen hast, oder irgendetwas, was an deinem Körper nicht sein sollte, dann musst du den Liks zahlen. Aber du musst ja sowieso nur die Hälfte zahlen. Wer muss denn? Weil du ein kleines Bützli bist. Ja, das stimmt doch gar nicht. Nein, Spass. Ab dem dritten Kind muss man bei den Sondalis nur die Hälfte zahlen.